Und herzlich willkommen zu Kommenlingkong Alarm Stufe 3, der Ausstand, ich bin Foxy und das ist Bad Nummer 3, 3, 3, 3, 3 und wir müssen hier gerade die Tippen ausführen, mal gucken wie die abgehen. Splatter-Modus. Was? Das geht ja mal gar nicht. Oh, kareil. Oh, ich habe neue Einheiten. Wir sind unterwegs. Die ersten Wissenschaftler sind da. Kommt jetzt. Keine Ahnung. Oh nein, das Torn ist schon. Rumänien. Hat der alte Borken. Mache eine Schneise. Ich weiß. Unterwegs. Eine Einheit wird angegriffen. Wir fangen. Wir fangen. Der Agony steht ihnen gut. Das ist geil. Gut, dass sie neue Einheiten gemacht haben. Sie werden großzügig sein. Ich weiß. Sie sehen sich mit frei. Danke, große. Was für eine Sauerei. Während meiner Gefangenschaft habe ich in einer verbehinderten neuen Artilleriegranate gearbeitet. Egal was diese alliierten Hunde planen, es kann nichts Gutes sein. Was glotzt ihr so? Was glotzt ihr so? Der Rearste ist grafisch. Boah, die sind ja geil. Die Disco. Disco. Dinger da. Disco. 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 Pogo. Versuchen alle drei Wissenschaftler runterzubringen. Warum fährt er vor? Habe verstanden. Bin unterwegs. Du sollst doch in der Truppe bleiben. Der Agony steht ihnen gut. Todesprecher. Warte mal, wie viel? Das war mein Zerstäuber. Was glotzt dir so? Das Zeug ist schwer. Totale Vernichtung. Wir haben eine breite Nassel. Ich weiß. Ich weiß. Es wird recht als du unterwegs. Weg damit! Wir müssen es zerstören! Hey Bro! Bist du da? Wo kommen wir denn jetzt am besten hier so hoch? Achso! Garten jetzt automatisch nochmal an oder war das ein anderes Spiel? Und Scheiße! Wo kommt der denn von oben? Da ist schon nix! Sie sehen zu glücklich aus! Ist es schon Zeit? Was kann ich tun? Ah, zurück! Wässerschaffler! Zurück! Was soll ich aussagen? Jawohl! Was platzt ihr so? Totale Vernichtung! Totale Vernichtung! Das hört sich auch mal an! Was brechst du unterwegs? Jawohl! Ich weiß! Erbreitet das Loch! Hilfe! Ich werde dir abgegriffen! Ich wollte nicht hier laufen! Von A nach B! Ein Klatz! Jawohl! Ein Klatz! So viel Spaß meine Einheit Ich dachte ihr müsst ja auch weg machen Und jetzt Das ist, was soll ich ausraten? Der Wings Oh nein, Alarm, Alarm Oh Gott Ähm, ich will da nicht durch Ach du Scheiße Die Mission ist gefährdet, die Wissenschaftler müssen den Haar von Donserseert erreichen Erst die Ziffer freigesetzt Ach du Scheiße Diese Waffe ist so mächtig Die Knargelet Die Knargelet Kommt ihr den Eben aus Diese Basis ist nicht im Besitz der Alliierten Es ist ein Stützpunkt der Future Tech Corporation Was heißt das? Oh mein Gott, los Schnellwissenschaftler, los, 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 los Du Scheiße, mein Freund Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein, Pa Scheiße Scheiße Ich glaube die können sich selber zerstören, kann das sein? Oh nein Los, los, los Fahr weiter so sneaky, dann hast du es gleich Komm mein Freund Ich bin hier Das kann ich Oh nein Was kann ich tun? Nein Nein Meine Einheit ist nicht angegriffen WTF Was glaubst du denn, wird die zu jeder Zeit Das ist ein Waffe Es ist zu mächtig Los du Scheiße, mein Freund Eins hat sie ihr erreicht Ja, gut Ein Knacks Gerade Das kann ich machen Oh yeah Gut ich würde mal sagen Das war Part Nummer 3 von Kommen den Konger Alarm Stufe 3 Alarm Konger Alarm Stufe 3 Kommen den Konger Alarm Stufe 3 Bis zum nächsten Mal Ciao